Ich glaube, wir müssen Tobi retten. Und das machen wir doch nicht lieber als das. Wir sind Owen Grady. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die Jurassic World noch nicht gesehen haben, den Film. Ja, es gibt einen neuen Park und der hat sogar schon geöffnet. Ist im vollen Betrieb. Und natürlich, wie man es kennt, muss früher oder später irgendwas schieflaufen. Und der Owen kann sogar an Lego-Wänden klettern. Das ist ja super toll. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Wir kommen noch rechtzeitig ans Ziel. So, wir haben jetzt ein eigenes Messer sogar. Tschüss, Tobi. Ja, wow. Das hat mir noch gefehlt. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, natürlich. Jetzt spielen wir mal mit Tobi verstecken. Ist ja auch mal was Neues. Also, ich meine, nicht immer diese kleinen, zierlichen, nervigen Dinosaurier. Jetzt einfach mal mit Tobi verstecken spielen. Ist doch auch schön. Was ist das denn? Hä? Oh, ähm, was? Ich helfe gern. Du brauchst ein Schwein, um diese Kanone verwenden zu können. Finde eins in der Nähe und bringe es hierher zurück. Ja, sag ich doch. Wir müssen Tobi finden. Äh. Machen wir unseren Freund. Tobi! Wo bist du? Ich hab ihn gesehen. Da in der Tonne ist er noch. Ich find dich noch, mein Freund. Komm, ab zu Tobi, ab zu Tobi. Tobi! Oh, was haben wir denn da? Komm her, kleines Schweinchen! Uh! Ein Kuchen! Nur für dich, Tobi! Lass es dir schmecken! Nur für dich, mein Freund! Lass es dir schmecken! Mh, lecker! Juhu! Jetzt wird geritten! Äh, was? Juhu, wie cool! Wie cool das ist. Okay. Ab in die Kanone. Wofür auch immer die gedacht ist. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ähm. Tobi? Tobi? Ah, okay. Ähm. Was machen wir jetzt mit Tobi? Äh, Tobi? Oh mein Gott! Was? Was zum Teufel? Können Sie jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Nee, nee. Aus Wissen der, ähm, Owen. Der ist ein Velociraptor-Flüsterer, also der kann sich ganz gut mit denen verstehen, hat sich super trainiert. Und, ähm, ja, der hat auf jeden Fall ein bisschen das Kommando über die. Und ich denke, das werden wir gleich auch sehen. Hier wird noch gebaut. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ja, also wie immer, alles Profis hier. Alles Profis. Ach guck mal, der kann sich auch tarnen, wie geil. So, ähm, was müssen wir schon machen? Oh, müssen wir jetzt wechseln. Da haben wir sie gerade schon gehört, unsere guten Velociraptoren. Die kleinen Schnuggis. So, wir reparieren mal kurz, ne? Oder, was auch immer das sein soll. Einmal durchschnimmeln. Zack, 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 zack. Und alles wird gut. Juhu. Okay. Das haben wir doch gleich. Ach, jetzt wissen wir auch, wie wir diese blaue Schilder aktivieren können. Geil. Hallo. Hey, was? Was müssen wir machen? Oh, guck mal, die haben sogar Spielsachen hier drin. Juhu. Ich bin ein glücklicher Velociraptor. Juhu. Juhu. Was können wir hier machen? Raptoren können Lego-Schalter verwenden und ihre Gruppe zu helfen. Drücke B. Okay. Hä, wie denn? Ach so, warte mal. Ah, okay. Ich verstehe. Sehr gut. Schlaues Kerlchen. Und hier einmal. Mmh, lecker. Zack. So, jetzt noch einmal wieder switchen. Ja, das mache ich doch glatt. Ist doch kein Problem. Das können wir doch. Dafür sind wir doch hier. Und noch einmal hier. Zack. Voll der, voll der Special Troop. Nein, Tobi, nein! Nein, nicht Tobi jagen. Nicht Tobi jagen. Nein, wir wollen doch nicht Tobi töten. Aber wir speichern erstmal als Velociraptor. Klar, machen die öfters. So. Wir sind in unserem fetten Gehege. Man müsste, glaube ich, Tobi finden. War auch geil, dass man die jetzt hier einfach so spielen kann. Wuhu. Oh, was war das? Hier kommen wir da in den Käfig rein. Tobi! Nö. Wir werden Tobi schon finden. Keine Sorge. Alles gut, Owen. Alles gut. Was können wir hier? Ja klar, Raptoren können natürlich auch Lego zusammenbauen. Natürlich. Also, hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Wir bauen einen Riesentrampolin. Wie geil. Ach, schön, dass man auch mal mit denen spielen kann. Oh, was haben wir denn hier? Da habe ich doch gesehen, da den blauen Stein. Hehehe. Tobi, wo bist du? Komm her, mein Schnuckiputz. Fußball. Uh. Fußball. Da muss Fußball spielen. Ja. Ähm. So, 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 Tobi. Du willst dich also im Dreck kümmern, ja? Nicht mit uns, Raptoren. Wir sind schlaue, kräftige Biester. No, no, no. So, zack, 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 zack. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich müssen wir wieder zusammenbauen. Ne, doch nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Komm schon. Den Sprung schaffst du. Raptoren können an bestimmten Lego-Gegenständen wie Raptoren-Stangen springen. Raptoren, halte B gedrückt, um mit Hilfe von L zu zielen, um das, lass wieder los, um zu springen. Äh, okay. Wuhu. Wie geil. Tobi. Wut, 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 wut. Das sind die freundlichen Raptoren. Nein. Bleib hier. Bleib hier, du. Du kleine Sau, du. Okay, da ist eine Kamera. Die darf man sonst anscheinend nicht entdecken. Da können wir wieder springen. Hallo. Du siehst mich. Äh, was machen wir hier? Oh, guck mal, eine Reifenschaukel. Okay, reicht. So, ähm, warte mal. B? Nee. Wie kommen wir da ran? Ähm. Das können wir nicht kaputt machen. Hier können wir auch nichts kaputt machen. Wir konnten noch da ran springen, oder nicht? Oder ging das nicht? Hm. Können wir nichts mitmachen. Was muss ich tun? Da können wir nichts machen. Okay. Ähm, die Kamera. Kamera. Wie können wir, wie können wir es schaffen, dass die uns nicht mehr sieht? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Gleich hier. Okay, das darf. Okay, das ist auch falsch. Wir brauchen irgendwas, um zu tarnen. Okay, sobald wir aber dahin gehen, dreht sie sich zu uns, ne? Ja, okay. Ja, okay. Okay, okay, okay. Was hat's hier mit der, mit der Reifenschaukel auf sich? Hm. Müssen wir eh was mit machen, oder? Hm. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, Freunde. Abwarten, abwarten, abwarten. Das kann doch nicht so schwer sein. Fakt ist, wir dürfen die nicht sehen. Also, die Kamera darf uns nicht sehen. Das heißt, wir müssen hier was machen. Aber hiermit kann man nichts machen. Ich kann auch nicht drauf. Hm, komisch. Können nichts machen. Kamera ist die ganze Zeit kaputt. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn, was, was, was ist denn das Problem? Was gibt's denn nicht? Was hat diese Schaukel auf sich? Ich will dich nicht schlagen. Es tut mir leid. Da ist nur ein Secret. Aber das brauchen wir nicht. Wir dürfen nicht gesehen werden davon. Sie sehen uns sofort. Das ist aber tricky jetzt, Leute. Entschuldigung. Was müssen wir hiermit machen? Ich bin so blöd. Warum ist diese Schaukel hier? Ich verstehe es nicht. Ich hänge fest, Leute. Ich hänge fest. Wir können da nichts machen. Zum Frecken nicht. Gar nichts können wir machen. Das ist jetzt nicht so einfach, Leute. So können wir auch nicht. Hm. Kann ich dir behilflich sein? Halte B gedrückt und mit Hilfe von... Ja, hab ich doch. Ja, da können wir hochspringen. Aber warum können wir denn da an dem anderen Ding nicht hochspringen? Das verstehe ich nicht. Da können wir einfach nicht hochspringen. Das verstehe ich halt nicht. Und hier können wir das auch nicht machen. Ich check's nicht. Das geht direkt runter. Hä? Warum? Warum geht das denn von da jetzt? Das ist ein kleiner Aufstieg. Aber du schaffst das. Wow. Davor ging's nicht, aber von der Seite ging's direkt. Das ist ja komisch. Ja gut, wir haben's geschafft. Ähm. Mit kleinen Hindernissen, würde ich mal sagen. Hallo. Er ist da hinten lang, Freunde. Oh nein, der Rasenmäher. Der gute Alte. Der gute Alte. Manchmal muss man einfach ab durch die Mitte. Okay. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen das hin. Läuft doch. Läuft doch. Wir sind die schlauesten Velociraptoren der Welt. Juhu. Oh, geil. Kuchen. Ach, wir können jetzt die Fährte aufnehmen, oder was? Wo ist es? Wo bist du, Tobi? Ich hab deinen Fuß gerochen. Wer ist denn da? Hallo. Hallo. Der ist aber ganz schön hartnäckig, ne? Guck mal, guck mal, wie er uns jetzt noch... Warte. Warte ab, du. Warte ab, mein Freund. So, wir bauen mal eben kurz die Budi hier zusammen. Zack, zack, zack. Ihr könnt nicht beide da hoch. Ihr müsst zusammenarbeiten. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Halt dich fest. Jetzt mach doch. So. Wo bist du? Wo bist du? Komm mal hier. Du brauchst noch einen Tipp. Kein Problem. Ah, okay, cool. Ja klar, das macht natürlich Sinn, weil wir hatten ja auch die Kralle bei Elegrant. So, dann gehen wir mal kurz da hoch. Und hoppa, weiter. Da ist er. Gut, Rigsau, du. Du kleine Sau im wahrsten Sinne des Wortes. Das Schweinchen erfolgreich eingetrieben, würde ich mal sagen, ne? Oder? Oder eher nicht so. Warte kurz, Freunde, ich mach mal kurz auf. Oh, auf der anderen Seite müssen wir auch noch. Auf den Weg. Jetzt haben wir's. Wunderschön. Oh, was haben wir denn hier? Einen Scheißhaufen. Einen richtig schönen Scheißhaufen haben wir da. Tobi! Nehmen wir kurz die Fährte auf. Tobi! Wo bist du? Juhu! Komm raus, komm raus, komm raus, wo immer du bist! Ah, wen haben wir denn da? Du hast gebraten. So ist's recht. Nein. Nein, lass! Ernsthaft. Ähm. Charlie? Nein! Wir müssen sie wohl von ihrem Essen ablenken, Owen. Okay, Leute. Ähm. Nein! Äh, warte mal. Irgendjemand muss den Scheiß hüpfen. Oh nein, Owen, nicht du! Auch noch! Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon. Irgendetwas muss es hier noch geben. Okay, versuchen wir das. Die haben Fußball gegessen. Okay. Schnell, 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 schnell. Wir retten dich, Tobi. Keine Sorge. Barry, der Strom. Kommt sofort. Zack. Oh! Oh! Is das nicht schön? So, jetzt aber schnell hier, zack. Ab geht's, komm, Owen. Auf, auf, hör auf mit deinem Mininosaurian zu spielen. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Raus, 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 raus. Hopp, hopp. Nein! Die fressen ihn ja aus der Hand. Was wollen Sie? Ja, total, haben wir gesehen. Feldexperiment. Ich hab soeben gesehen, dass Sie auf Kommandos reagieren. Wir müssen unsere Forschung weiter vorantreiben. Das sind wilde Tiere, Hoskins. Die wollen Sie nicht in die Schlacht schicken. Wir machen endlich Fortschritte und das ist das Erste, was er sagt? Waffen herstellen? Ja, das ist das, was wir sehen. 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 Ja, das ist das, was wir sehen.